Jo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stricker Stream heute in aller Frische heute ist immer auf dem Account aimgod unterwegs auf mod und wollte euch präsentieren heute wo höchstens die Fortbytes sind von heute also die Nummer 50 und dann die 32 für die 32 brauchen wir den Kylo also der Farb ist eigentlich egal nehmen wir halt wieder den Orangenen weil er lustig aussieht dann starten wir erstmal im Metz und ich zeige euch wo man diese Fortbytes findet von gestern und heute Solltet ihr Hilfe bei den Wochenherausforderungen oder Fortbytes brauchen könnt ihr es gerne in die Kommentaren reinschreiben mit etwas Glück kommt dazu auch ein Video wenn ich jetzt ist es dann wieder tag ja mein apple games da fahrt es nur eine runter gehabt wo es nur tag sitzt er beginnt ich will mich mit den zwei Fortbytes aus dem Defekt spielen ich schneide diese Videos eigentlich kaum komm Kylo wir holen euch den ersten ersten Fortbytes von dir wir brauchen nur den Zugang mit Kylo das ist euch schon bewusst und dann könnt ihr auch von allein die Woche die Fortbytes abholen ich habe gestern die vergessen weil wir die heute weil ich erstmal von Kylo abholen will und dann vom Friedhof weil im Friedhof kann man die noch nicht holen wie am Tag statt Nacht wenn ihr Hilfe bei den Fortbytes braucht da kommen fast ab und zu immer wieder neue Videos dann seht ihr schon was leuchten und das ist das nächste Fortbytes von 32 Samayas mit Kylo geschafft